so ein schlechtes spiel mehr spaß als diese ganzen mittelmaß spiele aller feuer um mitternacht und hoch naja, dreamland ist schon echt besonders heftig, weil vor allem dreamland ist ja doch eins der ersten spiele schwer vor, du kennst halt 2002 nix und dann findest du dreamland und denkst so, äh, what? ja, ja das spiel beeindruckt dich halt wirklich nur, wenn du irgendwie so 14, 15 bist, ne? ja, ja, klar, ich meine, du musst halt überlegen, wir sind gerade in einem zeitalter noch vor vampire storm 1 ja, also wir haben ja ich meine, ey, es gab alte macht eins noch nicht so halt ist das spiel ja, eben, genau, das ist es ja, also, wir sind wirklich in einer Zeit, was vor alte macht genau mit eurem Let's Fall Red Pro und eurem DSD, Steve, oder willst du noch einen Schluck trinken? äh, nö, wir können direkt weitermachen hier im Horror drin ja, genau, also in der letzten Folge haben wir angefangen dieses wunderbare Spiel aus dem Jahr 2001 zu spielen Steve hat schon gesagt, das ist ja eines der ältesten Spiel aller Zeiten wir hatten im ersten Part das für genügend Red kennen zu lernen, einen arbeitslosen Schriftsteller der Zeuge eines Überfalls von Banditen geworden ist und danach in diese seltsame Stadt hergekommen ist in der er dann ins Dreamland kam und gestorben ist und nun spielen wir die Räuber, die diesen Überfall veranstaltet haben genau Seth und irgendjemand anderes, den wir grad nicht im Team haben Seth ist ein Bandit auf Level 1 logischerweise ja, wir spielen eine, ja, dem Original sehr nahe Version, das heißt, wir bekommen ganz normal Schaden wir werden nicht cheaten oder ähnliches wir haben lediglich unseren Gegenstand gemacht, damit wir halt die Parts beenden können, indem wir freispeichern können genau scheinbar ist ja erstmal alles verschlossen, wie es sich gehört und da wir Banditen sind, brechen wir natürlich auch nirgends ein aber das ist so auch so ein Silent Hill Ding verschlossen verschlossen, also in Silent Hill ist auch immer jede Tür verschlossen ich kenn nicht viel von Silent Hill, aber wenn man irgendwas sagt, was so charakteristisch für Silent Hill ist, verschlossene Türen ja, das hier ist auch auf jeden Fall sehr charakteristisch für Dreamland naja, ich meine letztlich, wie gesagt, diese ganzen MPG-Maker-Spiele basieren ja einfach nur auf entweder Silent Hill oder Resident Evil wobei ich ja interessant finde was ich ja interessant finde, meine Resident Evil ist ja dann irgendwann mehr oder weniger zum Action-Game geworden also die neueren Resident Evil sind deutlich actionlastiger als die alten und Silent Hill, glaub ich, gibt's ja gar nicht mehr echt Silent Hill gibt's nicht mehr? Krass also wenn ich es richtig im Kopf habe ich glaube, in letzter Zeit ein Filter ist schon ewig her guck mal, hier gibt's schon gar keinen verschlossen, hier können wir einfach gar nicht mehr mit reinstecken ja da hat sich der Entwickler dann gedacht, okay, das jetzt einfach bei jeder Tür zu machen ist irgendwie auch ein bisschen sehr anstrengend vielleicht wo ist meine Copy-Paste-Taste? ich find's auch cool, wenn der Spieler wirklich einfach im Stich gelassen wird jo, du bist in dieser echt extrem übersichtig gemeinten Stadt ja und keine Ahnung, gehst deines Weges, suchst irgendwie scheinbar Menschen suchst den Plot oder? ja, genau, genau effektiv ist es ja das, wir sind ja gerade auf der großen Plotsuche wir hoffen, dass wir irgendwann eine Map finden und geht zum Beispiel auch gar nicht mehr weiter ja also 2012 kam der letzte Silent Hill Teil ja, okay, das ist schon echt verdammt lange deswegen, also ich würd grad sagen, irgendwie gibt's die, die, äh, die Spiele nicht mehr und Resident Evil kommt ja weiterhin raus ja, ich muss auch sagen, beim RPG Maker ist ja auch der große Horror-Hype vorbei also es gab ja mal so ne Zeit, wo echt ganz viele Horrorspiele sozusagen rausgekommen sind für den Maker, ne? mhm, ich überlege halt, ob's denn echt noch so wirklich Horror-Game ich meine, man muss kurz dazu sagen, es gab ja auch auf dem PC so ne Horror-Ebene Doom 3, ne? Doom 3 war ja auf einmal ein Horror-Game und das Problem war damals in Doom 3, ähm, Doom 3 hat's halt vorgemacht aber es war halt so ne neue Ära und 4 hat's halt einfach besser gemacht 4 ist das, was Doom sein wollte übrigens ziemlich geil 4 aber nur wenn ihr ja 18 seid, Leute genau, ich würd mich auf jeden Fall freuen, wenn du dich auf jeden Fall auch mal so ein bisschen hier auf das Spiel mit konzentrieren würdest damit wir am besten einen Ausgang finden weil bei dem Nebel hier seh ich wirklich nicht besonders viel ich würd halt nicht weiter mit ihrer Tür reagieren also ich denke mal, ähm, wir sollen ja Essen suchen und logisch also letztlich will ich hier nach unten gehen ne, hier nach unten, genau das mein ich ja von hier nach unten kann ich zum Beispiel nicht weitergehen ja ich würde mal rausgehen aus der Stadt ah, da der ganze Logischuss weitergehen muss geh nach links geh nach links pass auf, ich hab ne Idee nach oben geh nach oben, ja geh nach links geh nach links oben und links ah ja, du hast recht sehr schön, danke Steve wir sind mal nämlich hier wir müssen nämlich gerne hier da irgendwo weg ja, genau, genau das war jetzt nämlich auch mein Gedanke dass wir sozusagen einfach nur Brad folgen müssen ja, genau aber irgendwie war meine Orientierung grad absolut kaputt und Steve, genau deswegen hab ich ja dich im Team, oder? so, nach links? ja ich hab's mir jetzt irgendwie schon gedacht weil ich da ja rechte Hand auf ne Sackgasse gestoßen bin aber Steve, ich hoffe du gruselst dich schon, oder? na, unendlich ich hoffe nein, der Mann ist nicht mehr da was lustiger ist ich werd mal jetzt nicht über ein Switch gemacht sondern über ne neue Map weil ich mit Switches nicht umgehen konnte siehste hier mal nach unten wieder? genau, hier nach unten dann nach rechts genau was sind das für Häuser? weißt du, was cool ist, dass es draußen noch nicht mal dunkel ist, ne? ich mein, es ist zwar schon wieder übelstes Herbstfeeling draußen, ne? es ist schon eigentlich echt schön, ne? es ist zwar manchmal ein bisschen sehr kalt, aber ansonsten ist es eigentlich ganz cool draußen, ne? ja aber ich froh bin, dass es nicht schneit also, ich muss sagen, aus persönlichen Gründen bin ich nicht so der Freund von zu starker Kälte ja, zu starke Wärme wurmt dich aber auch ja verdammt in dieser Stadt gibt es ja nichts weder in den Supermarkt nach Leute ok, das Spiel muss ja jetzt im 21. Jahrhundert spielen oder zumindest im 20. Jahrhundert im späten 20. Jahrhundert ja, weil Supermärkte ich mein, seit wann gibt's Supermärkte? 50er? also, wann sagt man der Begriff Supermarkt? ja, der Begriff Supermarkt ist wahrscheinlich relativ neu aber solche Märkte gibt's, ja, ich denk mal seit 100 Jahren ungefähr, ne? ja oh, guck mal, da ist ein Speicherpunkt aufgeploppt was zum Teufel war das? das kam aus dem großen Haus zu meiner Linken ja, da ist plötzlich ein Speicherpunkt aufgeploppt das ist ja cool, guck mal, jetzt können wir das Spiel sogar ganz regulär durchspielen ohne dass wir nochmal cheaten müssen was geht denn, achso was geht hier ab? lebende Leichen ich muss schnell zum Krater ja, das kommt und wir gehen nicht raus, sondern verdammte Scheiße ich erklärte ich muss hier wohl durch das ist ja die Frage, ob wir einfach wieder abholen alles ausweichen alles ausweichen genau vor allem, wie diese Leichen extra noch diese ganzen Kisten platziert haben dass man hier so extrem ähm, Slalom an denen vorbei rennen muss das ist geil, oder? ja, das ist gleich wieder die Jucke Musik oh, guck mal hier, das ist super gef... oh mein Gott oh mein Gott das ist... nein, nein oh, ok nein, das war's ok, ja, warte mal wir haben noch 135 Trefferpunkte noch hier, versuchen Sie nicht mehr zu kaputt zu entern los, komm ok, ich hab's irgendwie geschafft, mich vorbeizumogeln hast du das gesehen, Steve? ja, top sehr schön, sehr schön sehr schön der Satan kommt auf jeden Fall in Kistengestalt oh mein Gott zwei Wege und nur einer davon ist richtig ah und tote Künstler ich nehm auf jeden Fall mal so ein Morchium das original ist auf jeden Fall echt spannend, oder? ja, natürlich ist die Musik geil weil der ist dein Lieblingsspiel entstand ok, sehr schön der Zombie ok, der bewegt sich schon relativ schnell den muss ich erstmal herkommen lassen das war halt ne geile Zeit, ne? ich hab natürlich diese Spiele alter natürlich nur unter wo hast du meine Eltern natürlich gespielt ist ja klar, ne? weil also erstmal, genau erstmal nur unter Aufsicht deiner Eltern und zum zweiten und auch immer nur die deutsche Version und nur die deutsche Version und dann natürlich auch immer die original Version du spielst niemals auch nur eine Raubkopie oder sowas richtig also wir hatten das eigentlich immer alle original Version ey, guck dir besser mal das ist doch die Definition einer Wegverlängerungsspirale wirklich wie man diese Treppe hier von hier aus auch noch sehen kann wie man als Spieler sich auch noch denkt Alter sag mal wirklich wie dreist kann ein Entwickler das ist doch top das ist doch das ist doch am Enter ja, ok, das war zum Glück ein One-Hit-Opfer da hat er zum Glück mitgegeben ohne Scheiß wer glaubt, dass das Spiel Spaß verdammt ist ok, wow, also die Dudes halten auf jeden Fall so 2-3 Hits aus ungefähr sind die auch Männer ja stimmt die Frau ist nach einem Hit gestorben was weißt du wie viele Hits wird das Kind wohl aushalten 2 ich werde einfach hier warten und Enter drücken mal gucken oh sweet, hast du es gesehen? hast du es gesehen? ja oh, Speicherpunkt Speicherpunkt ich hab dir doch gesagt die Speicherpunkte sind super fair für Titan im Game ich würde es halt nur cool finden, wenn wir auch mal neue Gegenstände finden würden deswegen oh Gott, ist das ein Bosskampf? das ist ein Ritter ein Golem du hast recht, das ist ein Bosskampf hier kommt andere Musik hier kommt ein Beat ok, da hat es jetzt auf jeden Fall mehrmals super, wir haben nur noch 10 Trefferpunkte Hä? Game over also ich meine ich stand gerade hinter dem und hatte absolut keine Chance hier zu treffen ok, du hast es als Kitty geschafft also, ist es machbar achso ja logisch, von hier sind wir gekommen ja das Problem ist halt, dass ich halt logischerweise nicht diese Version hier gespielt habe das hier ist ja auf jeden Fall irgendwie eine andere Version es kann ja auch sein, dass die Kollisionsabfrage hier noch anders ist oder so ich weiß es nicht genau aber wir probieren es einfach mal das ist ja komisch ich glaube du musst nur von vorne eingreifen weil hinten hast du keine Chance so mal siehst du ich habe ihm gerade auf jeden Fall Schaden gemacht ich mach ihm zwar Schaden, aber er macht mir gleichzeitig auch immer Schaden Alter Falter ey das ist eben das Komische als wäre irgendwas nicht richtig eingestellt also ich brauche das ist ein Dream-Werkampf-System das ist alles falsch aber ich hätte schwimmen können das konnte man damals auf jeden Fall durchspielen das was ich damals hatte und nach diesem ich hab das auch ja, das war Top du hast Treffer geschafft du hast recht du hast recht wow du musst nur aus dem richtigen Winkel ihn angreifen verstehst du ja ja, du musst ihn aus dem richtigen Winkel angreifen genau nicht so genau du musst das rauswenden ich hab das oh man ich weiß, dass du gerade gerade echt eine fucking große Menge Spaß hast, Steve und ich will dir den Spaß auf jeden Fall auch nicht trüben ey, ich meine das war ein Spiel wo ich mir gesagt habe nein siehst du, falscher Winkel tut mir leid das ist halt ein komplexer Volkskampf ja du musst das Muster lernen wie er sich bewegt das Problem ist halt dass ich mir in der Stelle überlege ob wir nicht einfach zu der anderen Version rüberswitchen sollten weißt du was ich meine? weil die andere Version von dem Spiel scheint ja irgendwie irgendwas stimmt mit der Kollisionsabfrage ich guck mal ganz kurz die Kollisionsabfrage dieses Gegners im Maker an ja so, diesmal habe ich mir die Haare schneiden lassen wir sind wieder zurück wir haben nichts geändert weil da gab es irgendwie nicht besonders viel zu ändern Steve hat scheinbar irgendwie recht vielleicht war ich damals einfach nur ja, keine Ahnung, anders drauf weil ich ein Kiddy war oder so und hatte einfach mehr Geduld oder vielleicht stehen deswegen hier diese ganzen Kisten rum wenn der Gegner läuft der auch eher random durch den Raum ne? natürlich läuft der einfach nur random also von hinten treffe ich ihn irgendwie scheinbar gar nicht und ich bin mir nicht ganz sicher wenn da so eine halbe Animation kommt heilt das irgendwas? ne denn nicht heilt das irgendwas sondern macht das irgendwie Schaden oder? guck mal jetzt siehst du? Bäm doch, er ist tot wir haben es geschafft okay, wir mussten also scheinbar wirklich einfach nur einen Trank nehmen ja okay, gut dann habe ich nochmal wieder aus einer Mücke den Elefanten gemacht Steve Dood ist recht siehst du? irgendwas merkt mir da nichts passiert in dieser Stadt deswegen müssen wir echt umerkennen dass wir keine Heiltränke zwischen Deutschland und zwei ich denke wir brauchen das alles für solche Boschkämpfe irgendwas super merkwürdiges passiert in dieser Stadt und vor allem sollten wir dir nächstes Mal echt neue Heiltränke finden ja verflucht! ich muss jetzt zurück zu Kater aber wo zum Teufel bin ich? an einer anderen Stelle der Stadt die Stadt kann doch eigentlich nicht so groß sein guck mal hier das Dreamland hat die Krüge in Form eines Elves angeordnet ja ist das nicht creepy? was meinst du Steve? ist heute immer noch der 31. Oktober des Jahres 2018? und was ist das hier? ist das ein ähm ein Lager was ist das? ist das hier? sind quinnier Paradenstadt? das ist die Stadt des Teufels die verstehst du nicht verdammt nochmal was geht hier ab? ich kack mir auf jeden Fall gleich in die Hose ich kack mir auf jeden Fall gleich in die Hose Sicherheit Sie Sir denn ich spreche sie extrem förmlich an ich habe sie schwer verletzt in einer seiten Straße gefunden und hierher gebracht was zum kleinen Mal passiert in dieser verluchten Stadt die verluchte Stadt ist geil ich wurde von Zombies angegriffen glaube ich oder nein das konnte ich ganz anleitlich spezifizieren und dann war ich an so einem seltsamen Ort da war es heiß dunkel und ziemlich ziemlich heiß ich meine heiß und dunkel? es kam mir vor als hätte ich den ganzen Dreck nur geträumt das ist doch gut ja ich habe zwar keine Ahnung von was sie da reden aber mit dieser Stadt stimmt wirklich etwas nicht ich bin aus der Nachbarstadt und bin hier weil wird eine Reifenpanne haben und hier auf Hilfe hofften ja genau wir hoffen das ist jetzt aber Resident Evil's Day oder? dass wir diese Reifenpanne ja wir haben eine Reifenpanne ach guck mal hätten wir so eine alte verlassene Villa da klingeln wir einfach mal vielleicht können uns die Leute helfen guck mal sehe ich schon eine Truhe eine Truhe in der wir vielleicht endlich mal Heimgegenstände finden ja es ist als ob alle diese Menschen tot sind sie sprachen von Zombies war das wirklich ein Traum? ja nein das war natürlich real deswegen sprechen wir von Zombies weil Zombies absolut real sind ich habe keine Ahnung es war so real es kann kein Traum gewesen sein vielleicht war es eine Vision mein Freund ist auch hier also sorry wir haben nichts mit uns beiden er erkundet gerade die Stadt er ist wahrscheinlich tot vielleicht wird es doch was mit uns naja vielleicht findet er etwas das ist nicht so geil das ist auch wieder diese typische Konstellation hm ok nein du bleibst hier und ich erkunde die Stadt er erkundet die Stadt? scheiße wir dürfen ihn nicht alleine lassen leider haben wir vorhin den Maker reingeschaut wir wissen dass es nur vier Figuren gibt alleine werden denn diese verfluchten Dämonen sicher auch angreifen wir müssen ihm helfen gehen aber ich meine dann hätten diese verfluchten Dämonen nicht auch schon längst Rino angegriffen? ja sie bleiben hier sie haben eine Schusswunde an der linken Schulter ich werde ihn suchen gehen ich bin bald zurück und dann werden wir gemeinsam über einen Fluchtplan nachdenken ja genau weil Brad in dieser Situation noch ganz bestimmt Rinoa vertrauen wird ich wende Rinoa wenn sie ihren Boyfriend wieder gefunden haben wird wird es ganz sicher nicht wieder zurück zu Brad gehen oh nein der ist doch so ein Typ Rinoa hier sind überall Zombies und müssen aus der Stadt fliehen ok du hast recht ja also verdammt was gibt es da zu überlegen wir verziehen uns einfach diese verdammte Stadt liegt in einem Tal ja und so wäre jetzt ein Problem und überall auf dem See herumwimmelt ist nachts nur so von Wölfen warum diese Stadt ist im Mittelalter gelegen Steve nachts kannst du nirgends mit dem Auto langfahren weil da kommen überall Wölfe und stürzen sich auf das Auto drauf ich meine es scheint ja eine Zeitalzeit wo normale Leute auf Autos besitzen das müssen mindestens 50er Jahre sein oder so also ja aber auch in den 50ern hatten die Leute noch Angst vor Wölfen nachts weil diese Stadt hier vor allem diese Stadt scheint ja auch so extrem hinterwälderisch zu sein aber trotzdem so extrem riesig es passt einfach vorne und hinten überhaupt nicht zusammen und nicht zu vergessen dass hier in einem Tal liegt ja in einem im Tal des Schreckens gab es nicht ein RPG Maker Trash Game das noch heißt? ne es war Insel des Schnee wie ist es? ist das nicht sogar Tal des Schreckens oder so? also ich ist das nicht das Spiel von Ancloas? nein schön wärs oder? das könnte auch sein ich weiß es nach Steve ist ja auch egal wir spielen hier Dreamland 1 und das machen wir erstmal weiter oder? ja es gehts genau um 2 Uhr 34 ich werde versuchen um 3 Uhr wieder hier zu sein ich hätte gerade mal 26 Minuten Zeit das ist nicht besonders viel behalten sie sich ruhig die Überblende gerade eben war auch geil so Rinoa ist eine Anwältin und sie hat weniger Trefferpunkte als die Männer ja seit einem Frauen ne? ja das finde ich echt ein bisschen schade dass Rinoa weniger Trefferpunkte hat als die anderen ich wollte das ganze natürlich so original geträumt wie möglich lassen es ist wirklich sehr sexistisch von dem Spiel dass die männlichen Figuren alle 200 Trefferpunkte haben und Rinoa hat irgendwie nur 170 aber na gut was solls mit Brad um den können wir ja rumlaufen aber mit dem können wir nicht mehr großartig interagieren das ist auch ein cooles Bücherregal oder? ich muss doch sagen dieser 3D-Effekt gefällt mir sogar irgendwie das ist doch dieses Make-In-Blue-Chip-Set hier ah ok ok deswegen würde ich denken aus gar keinem Spiel ich speichere mal achso ja stimmt wir sind wieder in dieser Stadt hier guck mal in dem Haus brennt jetzt mal Licht wie sind überhaupt da das Haus reingekommen? ist doch noch alle Häuser verschlossen wir können auch wieder ganz Problemus hinein das ist schon mal interessant ja noch ein bisschen jetzt haben wir ein kleines Medi-Kid gefunden oh nein ein kleines Medi-Kind nein sie haben ein Kind in eine Truhe gesperrt mhm verschlossen ich glaube er wollte sich im Norden der Stadt umsehen ok das ist sogar einigermaßen logisch ich meine ich kann darüber gesprochen haben ja kommen wir jetzt auch an die Stelle wo alle waren selbstfischt wir kommen erstmal an einen Speicherpunkt das sehe ich schon mal als äußerst positiv kannst du bitte verschlossen hä? was? da ist eine Treppe die nach unten führt was kann denn da verschlossen sein? bestimmt ist mein Freund da unten was? warum? da ist eine Blutspur bestimmt ist mein Freund schon tot und das ist die Blutspur die zu ihm führt ich muss diesen mit dem Parkschlüssel finden hä? wie weiß sie das alles? das war doch bei Silent Hill und Co. niemals so gemacht keiner die Sation und die ist einfach so aufgeploppt die war vorher nicht da das ist geil oh du bist das ist Gold wow zu den alten Katakomben cool hm jetzt ist die Frage finden wir den Parkschlüssel hier im ganz offensichtlichen Park was scheinbar kein Park ist oder werden wir den Parkschlüssel vielleicht in den Katakomben finden guck mal hier zum Ostenpark da werden wir wahrscheinlich den Parkschlüssel finden das ist natürlich cool aber jetzt beginnt das ganze sogar irgendwie so ein halbwegs sinnvolles Gameplay zu bekommen also halbwegs logisch zum Westpark okay da wird der Parkschlüssel natürlich auch sein den Südpark gibt es den ja auch irgendwo in den Nordpark vor allem natürlich den Südpark ich glaube halt ich werde zwei Bosse rumhauen müssen und ich werde die Bosse innen die Schlüsselteile haben das würde irgendwie passen oh nein warum so nicht immer so Gräber einfach so im Park ja das ist der Westpark mit den Gräbern guck mal hier da sind auch scheinbar irgendwelche Katakomben im Westgrab äh Westpark oh mein Gott weißt du das Schlimme ist dass ich irgendwie Angst habe vor diesem Spiel weil jetzt irgendwie irgendwie creep mich dieses Spiel auch aus weil ich hab irgendwie Angst was für Crap als nächstes passieren ja ja Bosskampf oh das ist hier ein Labyrinth ne oh das ist auf jeden Fall ein Zombie ne das ist ein Wolf okay nein da ist ein Stein im Weg ich muss diesen Gegner umbringen ich glaub du hast recht aaaaaaah wow wir bekommen von dem Wolf 50 Chance Punkte habe ich so das Gefühl oh der ist toll sehr schön jetzt ist der Stein noch mal nicht noch nicht noch mal angeschaut du bist weg Katakomben Schüssel A gefunden oh nein ja du hast mehr oder weniger recht jetzt müssen wir sozusagen zuerst diese Katakomben Schüssel finden in den Parks genau nochmal hier ist schon ein anderer Abenteurer ist zuvor gekommen das ist mir egal das ist nicht mein Freund das denk ich mir auch ja ist es mir egal das ist nicht mein Freund das ist wirklich und ich sehe schon wir machen einfach ganz viele extrem große extrem leere Räume wir schaffen so einfach Furcht weil du als Spieler die ganze Zeit denkst boah hier muss doch jetzt noch irgendwas kommen hier muss doch noch irgendwas krasses kommen und es kommt einfach nichts es kommt einfach nur dass du gegen irgendeinen Wolf kämpfst damit die Stein verschwindet und du zu irgendeiner Truhe durchgehen kannst dass ich es auch noch gepasst hätte ja ich hoffe das hat er sich für einen der Spätanteile aufbewahrt dass jetzt hier vor allem die Stadt verschlossen wäre oder ich kann nicht weitergehen solange hier Zombies sind dann kommen aus allen Gräbern Zombies raus ich würde aber trotzdem vorschlagen wir machen hier an dieser Stelle dann in der nächsten Folge von Let's Play Dreamland weiter im Spiel aus dem Jahr 2001 als Kollisionsabfragen echt noch ein bisschen anders waren und Steve hatte recht als ich damals ein Kiddie war nicht einfach nur ein bisschen mehr Geduld jetzt ist es so dass ich nach drei Fehlversuchen denke Moment hier kann irgendwas nicht stimmen aber nein Steve hatte recht und ich würde mich auf jeden Fall wie immer über netten Kommentar und Daumen nach oben freuen Steve du doch bestimmt auch oder? Na auf jeden Fall Na gut dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend denn dieses Let's Play gibt es nicht tagsüber zu sehen und draußen ist es immer noch hell mal gucken vielleicht machen Steve und ich sogar noch ein Part das werden wir dann gleich noch sehen aber na gut bis zum nächsten Mal hier bei Dreamland und mögt ihr nicht selbst in Dreamland landen tschö tschö alle höchsten sind seine Till bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal